Hallo und herzlich willkommen zum dieswöchigen Wild Spirits News. Ich bin Sybille und heute frage ich dich, sind deine Leidenschaften ein Trostpflaster? Leidenschaften sind die effektivste und machtvollste Abkürzung zu Glück, die mir bekannt ist. Wann immer es mir gerade mal nicht so gut geht oder ich gerade mal nicht in der Stimmung bin, wenn ich einer meiner Leidenschaften nachgehe für eine Weile, dann hat das noch nie darin versagt, meine Stimmung zu heben und mir so ein Kribbeln zu geben, einfach wieder ein gutes Gefühl. Das ist fantastisch, ist aber auch gefährlich. Die Gefahr, die daran liegt, ist, dass es sehr, es kann einfach sehr verlockend sein, eine Leidenschaft dafür zu benutzen, etwas zu übertünchen, was man eigentlich sich anschauen sollte im Leben, was vielleicht gerade nicht so gut läuft im Leben. Daher ist deine Mission heute zu lernen, diese Fallgrube zu erkennen und zu lernen, wie du sie am besten vermeiden kannst. Aufgabe Nummer eins heißt, sind deine Leidenschaften ein Trostpflaster? Wie schon gesagt, Leidenschaften können die Stimmung heben und ein glückliches Gefühl geben und dass man sich wieder mehr in der Balance fühlt, mehr im Gleichgewicht wie vorher. Und das ist alles ganz fantastisch, außer wenn man es eben missbraucht, als sozusagen, als wie eine Schmerztablette, die das alles so ein bisschen, die einen bisschen abstumpfen lässt gegenüber einem Problem. Sagen wir mal, dass wir in unserem Job nicht glücklich sind oder in unserer Beziehung oder dass irgendwo sonst im Leben was nicht so rund läuft, was wir eigentlich angehen sollten. Und wir nutzen halt die Leidenschaften und diesen Aufschwung, den uns das gibt, um länger in einer Situation zu bleiben, aus der wir uns schon längst hätten befreien sollen. Das ist natürlich kontraproduktiv und das ist überhaupt nicht der Sinne Sache. Um das also zu vermeiden, musst du erstmal erkennen, ob du deine Leidenschaften so verwendest. Schau dir dein Leben an. Schau dir jeden Bereich deines Lebens an und schau dir an, wo du vielleicht eine Verbesserung nötig hättest. In jedem Bereich deines Lebens. Beziehungen, Gesundheit, Finanzen. Wenn du genug Englisch kannst, kannst du auch meinen Live-Audit machen. Den habe ich, der ist auf Englisch, der ist auf meiner Webseite. Ich mache den Link in die Beschreibung. Unten ist natürlich in englischer Sprache. Es ist ein zehnminütiges Video. Das führt dich dazu, dass du, also es leitet dich an, dass du jeden einzelnen Bereich deines Lebens detailliert beurteilst, bewertest, wo du da gerade stehst. Und dann stellt sich sehr schnell heraus, wo du vielleicht ein bisschen hinschauen solltest und vielleicht ein bisschen daran arbeiten solltest. Übrigens, das heißt nicht, dass du nicht glücklich sein kannst und nicht deinen Leidenschaften nachgehen sollst, außer wenn alles andere perfekt ist in deinem Leben. So ist es natürlich nicht gemeint. Das ist es nicht, was ich sage. Was ich sage ist, dass du verdienst, in jedem Bereich deines Lebens glücklich zu sein und das zu bekommen, was du möchtest und nicht nur deine Leidenschaften dafür verwendest, dass eben alles andere vielleicht dann gerade den Bach runtergeht. Aufgabe Nummer zwei heißt, mach deine Leidenschaften zum Bonus, anstatt sie als Droge zu benutzen, sozusagen. Es gibt einen Grund, warum meine Coaching-Programme alle nicht nur um Leidenschaften, natürlich ist das Thema Leidenschaften und Bestimmung, aber die umfassen jeden Bereich deines Lebens oder des Lebens von meinen Klienten. Aus genau diesem Grund. Es nützt nichts, wenn du eine Priorität, wenn du die Leidenschaft, deine Leidenschaft oder Leidenschaften, wenn du ein Scanner bist, zur Priorität machst. Es nützt nichts, wenn du diese Priorität einfach den vielen anderen Prioritäten in deinem Leben hinzufügst und dich damit nur stresst oder, wie gesagt, etwas anderes übertünchtst damit, was vielleicht gar nicht so gut läuft. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und um wirklich die Leidenschaften so zu priorisieren, dass sie dich einfach nur zusätzlich glücklich machen, sozusagen als Tüpfelchen auf dem I, musst du dein Leben ein bisschen entschleunigen und vereinfachen generell, um diesen Raum auch zu schaffen. Dazu würde ich dich einladen, dass du entweder jetzt, kannst du das Video auch mal anhalten oder machst es nach dem Video, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, gerade so ein paar Minuten, dir was zum Schreiben nimmst, auch fast, dass dich keiner stört für die Zeit und dir mal überlegst, was dir in deinem Leben wirklich wichtig ist. Was sind deine Prioritäten im Leben? Schreib das mal alles auf. Welche Personen, welche Aktivitäten, vielleicht dein Beruf, deine Leidenschaften, alles, was dir im Leben wichtig ist, wirklich wichtig ist, das schreibst du auf. Und dann nimmst du diese Liste, die du da gerade gemacht hast und vergleichst sie mit deinem Terminkalender oder beziehungsweise mit dem, wie du deine Tage verbringst. Und du wirst einige Sachen sehen, die da absolut übereinstimmen voneinander ausgerichtet sind und du wirst auch ein paar Diskrepanzen sehen. Die Diskrepanzen solltest du dir anschauen. Übrigens könntest du jetzt sagen, ja mein Job, der wird da nie, der wird immer eine Diskrepanz sein, weil der ist mir keine Priorität. Vielleicht ist es deine Priorität, dass du deine Rechnungen bezahlen kannst, dass du gut leben kannst, sorgenfrei und ohne, dass du dir darüber immer den Kopf machen musst. Also damit ist der Job, darauf ist der Job schon ausgerichtet, da passt er schon dazu. Schau auf die wirklichen Diskrepanzen. Wo verbringst du Zeit, wo hast du Verpflichtungen, wo hast du Termine oder sogar Menschen in deinem Leben, die eben nicht mehr in diese Prioritäten gehören. Und sieh zu, dass du die vielleicht aus deinem Terminkalender, aus deinem Tagesablauf eliminierst oder zumindest die Zeit minimierst und die Energie, die du darauf verwendest. Und in diesen Freiräumen, in diesen geschaffenen Freiräumen, da ist der Platz für deine Prioritäten. Und wenn du diese beiden Sachen machst, Aufgabe eins, das angehen, was du, was vielleicht sonst nicht so rund läuft in deinem Leben, in welchen Bereichen, und dann zweitens genug Raum schaffst, um deinen Leidenschaften nachzugeben, dann stellst du sicher, dass deine Leidenschaften tatsächlich ein Bonus sind. Sozusagen das Tüpfelchen aus dem I, auf dem I, anstatt eine Survival-Strategie zu sein, eine Überlebenstaktik, mit der du gerade so dich über die Runden bringst und gerade so entlanghangelst. Das bringt mich zur Aufgabe drei, die heißt wie üblich, lass es nicht wissen. Klick den Antworten-Knopf auf der E-Mail, wo du den Link zum Video bekommen hast und sag mir, wie sehr sind deine Leidenschaften Priorität? Hast du vielleicht schon mal Leidenschaften so benutzt, so als Pflaster? Ich habe es definitiv schon gemacht, mindestens einmal in meinem Leben. Welche Strategien möchtest du anwenden? Was tust du, um deine Leidenschaften zur Priorität zu machen in deinem Leben? Ich würde furchtbar gern von dir hören, werde auf jede E-Mail auch antworten, auch wenn du Fragen hast, kannst du sie auch gerne stellen, die beantworte ich auch. Und wenn du den Link zum Video nicht in deiner E-Mail bekommen hast, heißt das, dass du noch nicht Teil der Gemeinschaft der Wilden Geister bist und auf jeden Fall zu uns kommen musst. Geh auf wildspiritscoaching.com-de und füll da das kleine Formular aus. Du bekommst eine E-Mail in der Woche, ist 100% spermfrei. Du erhältst zusätzliche Informationen und Artikel, Empfehlungen von Büchern und anderen Ressourcen und manchmal bekommst du exklusive Angebote, die nur von meiner Abonnenten sind, die niemand sonst je zu Gesicht bekommt. Also geh auf wildspiritscoaching.com-de und melde dich an. Oder du kannst auch wildspiritscoaching googeln, das bringt dich auf meiner Webseite. Danke fürs Zusehen!